weiter geht's mal gucken für was der schlüssel ist ich nehme an für das haus hier oben ja genau da ist die tür jetzt auf die tür ist zu das fenster kann ich noch aufmachen das ist doch super da brauche ich schon schlüssel es müssten dann drei häuser sein also gehe ich mal davon aus rot zu rot blau gelb jetzt muss nur irgendwie an dem vorbeikommen da fehlt auch ein schlüssel da komme ich auch nicht rein ganz toll oh man ja da komme ich noch höher da kann ich den doch bestimmt erstmal aus dem weg gehen ja bringt mir nichts ja ich würde sagen da fehlt eine zweite antenne was haben wir hier oben nix auch gut hat mir ja jetzt nicht so viel gebracht dann gehe ich mal da rüber da kann ich ja auch noch durchs fenster ja bringt aber auch nix ich gehe doch rein hier ja toll Hey, wieso steht denn der da jetzt? Oh, 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 oh. Hmm, das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Der war aber schnell drüben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier war ich noch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier gibt es irgendwie nichts. Nichts. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist der Autogriff. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Tja, das bringt mir aber nichts. Da muss auch noch irgendwas hin. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. Ja, die habe ich schon, aber auf der anderen Seite, die andere Seite, da ist ein Haus drin. Eins fehlt noch. Ja, das war's für heute. Ja, komm, geh weg. So. So. Heute geht's weiter. Mit dem Schlüssel habe ich die Tür hier schon aufgeschlossen. Und jetzt hole ich mir das dritte Haus, was hier fehlt. So, geh ich jetzt hier durch die Tür. Oh, komm. Oh, komm. Das wäre eine gute Idee. Oh Mann, ey. Aber wenigstens habe ich sie jetzt. Da haben wir den ersten Schlüssel. Die Scherle wollte ich nicht. Ja, komm, verzieh dich. So, was gibt's hier? Die kommt ja wohl hier rein. Ja, komm. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, was hat das jetzt gebracht? Ja, da haben wir gleich noch einen Schlüssel. Das ist ja sehr gut. Das ist ja sehr gut. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Das ist ja sehr gut. Ja, den Schlüssel habe ich natürlich nicht mehr. Ja, das ist ja sehr gut. Ja, ich glaube, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja. Na. Ja, das ist ja. Nein. Da ist die Tür. Ja. Der kommt hier hin. Da muss ja wieder ein Gewicht drauf. Was öffnet sich? Ah da oben. Ja. 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 Na gut das war es dann mit dem Part. Ich guck dann wo ich als nächstes hin muss. Ja.